Jo Leute, willkommen zurück bei CT Special Forces. Beim letzten Mal hatten wir nur zwei Abschnitte geschafft. Jetzt geht es mit dem dritten Abschnitt weiter, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß und los geht's. So, go. Komm, muss nie runter, bestimmt. Geil, sind zwei. Sorogaten. Ich hab mich getroffen. Aber wir haben eine Munition. Wir haben noch wenig Leben, deswegen. Den haben wir auch erledigt. Da oben war Leben. Muss ich dann holen, oder? Ich bin dann wieder das mal holen, dann. Boah, der hat mich fast getroffen. Was war da noch oben? Ich weiß jetzt nicht. Ja, es gibt auch hier Soldaten, die Raketen werfen, aber haben. Bei den Gegnern wird das immer laut, Leute. Deswegen mag ich das nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht vorsichtig genug, Leute. Wir haben gleich kein Leben mehr. Das ist immer laut, Leute. Ja, klar. Ja, meinst du, lass dich da. So, hier ist Leben. Ich hoffe, ich bekomme das noch, ne? Weil drei Leben ist schon wenig, ja. Sie hatten ja vier. Eigentlich hätten wir fünf bekommen, wenn ich nicht sterben würde. Die ganze Zeit. Komm, sie machen noch. Ja, der hat mich verlichtet, ey. Nein, nicht runter. Boah, wir brauchen Leben. Weil drüben war, ne? Gehen wir erst nach links. Wechselt die Munition. So, perfekt. Was ist da unten? Wir müssen, glaube ich, runter, ne? Aber da waren ja diese Raketenwerfertypen. Da ist auch einer, ne? Schon wieder Hälfte Leben weg. Ich habe so ein Gefühl, dass ich sterben werde, ey. Wir haben die noch bekommen. Alter. Da war einer. Aber egal, wir haben Leben bekommen. So, das kommt mir erst mal weg hier. Wechseln. Ja, Munition wechseln. Und jetzt hier runter. Oh nein, jetzt kommt das. Boah, das ist schwer. Mit Scharfschutz im Gewehr. Vielleicht musst du die direkt finden, ne? Sonst sterben wir. Wir dürfen die Zivilisten nicht töten, Leute. Sonst lohnt sich das eh nicht. Aber ich habe nicht gesehen. Ja, ich bin tot. Das war ein Leben. Schade. Boah, das muss ich schnell finden. Ne, so ein Sternbeam. Weißer, ne? Hä, von wo schießt der, ey? Da bist du. So, haben wir alle Zivilisten befreit. Gerettet. Ja. Genau, alle Geiseln befreit. Wir bekommen sogar Leben, ne? Jetzt. Schade. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich jetzt vier, ne? Aber egal. Jo. Die Sörer hat mich geklappt. Jetzt. Ich dachte schon. Ja, ich habe die... Den Granat... Habe ich ja geworfen, die Granaten. Aber es hat nicht geklappt, um die Granate zu wirfen. Kommt jetzt ein Bossfight, oder was? Ja, da haben wir sogar Leben. Ja, komm, ich nehme das, ne? So, ich glaube, jetzt kommt ein Boss. So, jetzt dürfen wir schießen erst. Wenn die Kanone dann kommt. Ansonsten wird mir das nicht. Ja, komm, ich gehe nur von dem. So. Haben wir geschafft. Ja, speichern, warum nicht? So, jetzt zum nächsten Abschnitt. Ja, die ausgetrocknete Wüste, Abschnitt 1. Einer der Anführer des Netzwerks hat einen unserer Stützpunkte umzingelt. Seine Armee verbreitet sich nun im ganzen Gebiet. Was sind meine Anweisungen? Du musst dieser Bedrohung ein Ende bereiten und die Kontrolle des Stützpunktes wieder an dich reißen. Zu Befehl, Herr General, bereite dich zum Abflug vor. Unser bester Pilot wartet auf dich. Er wird dich über die ersten feindlichen Linien bringen. Sei vorsichtig. Kein Problem. Ich liebe Lufttaufen. Okay. Kommt jetzt so ein Luftangriff? Boah, das mag ich eigentlich auch nicht, ne? Oder sind wir direkt... Ja. Das hasse ich, glaube ich. Ich weiß nicht, warum. Ich mag das nicht. Es ist immer so low. Ich bin da abgewieben. Ja, Leute, es ist halt zu low, in der nächsten Linie. Am besten sind die normalen Regen. Egal, jetzt muss ich aber überleben. Jetzt haben wir wieder fast den Streben, aber dann haben wir wieder was. Geschafft. Ja. So, die ausgedrückte Wüste, Abschnitt 2, Leute. So, aber Leute, ich mache den Part kürzer und das war es mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinen nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt CT Special Forces. Ciao, Leute. Ciao.